Die Suche nach dem Haustürschlüssel, kennen Sie das auch? Oder haben Sie vielleicht schon mal einen Schlüssel verloren? Durch eine smarte Lösung können Sie beides vermeiden. Mit dem Fingerprint-Modul im System 106 öffnet Türen ohne Schlüssel. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander und ich bin Trainer an der Gira Akademie. Jeder von uns besitzt ein einzigartiges Merkmal und einen Fingerabdruck. Und genau dieses Merkmal macht sich das Fingerprint-Modul im System 106 zunutze. Soll ein Finger autorisiert werden, um eine Türe zu öffnen, muss er zunächst eingelernt werden. Das geschieht im einfachsten Fall direkt am Gerät. Wesentlich komfortabler und einfacher ist das Einlernen über die Gira Kieles in App. Die App bietet unter anderem eine einfach zu erstellende Benutzerverwaltung. Besonders praktisch hierbei die zeitlich begrenzten Zugänge, die Sie einrichten können. Denken Sie beispielsweise an die Haushaltshilfe oder den Nachbarn, der sich während des Urlaubs liebevoll um die Blumen kümmert. Habe ich Ihr Interesse geweckt und Sie hätten gerne mehr Informationen, beispielsweise zum Gira-Türkommunikationssystem? Dann schauen Sie doch einfach mal vorbei auf der Gira Akademie. Wir freuen uns.